Oh 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 Der war da gerade ganz schön zermelmend hier Der lebt noch! Nicht mehr Oh nicht mehr weg Hui F ist ganz schön umkämpft, wa? Oh da ist auch ein Jet Die sind oben drauf glaube ich Oh nicht nur oben drauf Pack Ich glaube der weiß dass ich hier bin Jedenfalls müsste er es Irgendwo ist hier auch eine Spawn Bag Oben drauf Nein oh der hat er mich geblockt Spasti Kommt da angelaufen und dölmert da nur so rum Weißt du und der von oben hat da gerade triple kill oder sowas gemacht Ich bin das Da hat gerade einer voll auf mich geschossen Ich ranne mal Richtung C Okay Ja ich komme mit Ich hole mir dieses OP Diese OP-Kanone alter Kann ich mal ein paar Helis nerven Geil Vor allem weil die Weil okay die Viper wurde gerade vom Panzer weg geholt Richtig geil Na da ist die Waffe Ich bin gleich da 100 Meter Nein Nö Ja Äh Ja 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 gezeigt hat man ja lange nicht mehr so ich bin jetzt bei dem im panzer der gefragt hat wer hier immer so rum schreit hallo hallo g war ein genommen weiter geht es als er ausgeteckt und aufnahme läuft er läuft noch das gut dann musst du aufpassen mein junge joh das war auch b und ich komme johann kacke ja machen weil der heli gerade abgehoben und schon wieder runter gehobelt o panzer ich begrüße sie kommt ein panzer glaube gerade zu zu c scheiße nicht getroffen was soll das denn ja panzer bei c o bei a auch einer von denen hat wo ist denn der jetzt liege da kommt oder auch ein panzer nein er wusste dass ich komme mann ich wollte wissen dass er kommt so wo bist du tot scheiße tot als es gerade gesagt ist so ein scheiß versorger um die ecke gekommen hat mir das hört weggebratzt aber wir brauchen noch ein paar pünktchen ja gerade echt mal wo fliegt der hier eigentlich hin warte kann ich zu dir ein panzer ja steig raus bin ich ich hebe ab wie lange braucht ihr noch 700 zu 300 tickets gute angabe vielleicht so 20 minuten denke ich auch pass auf ich hole den heli ok uuuuuh ach da da ist noch einer aber schi oder wo war da nicht gerade noch wer markiert keine ahnung wollen wir uns den heli holen schieß mal auf den heli schieß mal auf den heli ja mach ich das ist so kacke das so ein zu chat ein zu chatzen ooooh da ist ein panzer ne nicht dein ernst jetzt ich mach mal den heli heli mach den heli weg ja man alter ausgestiegen ist ja der ist ausgeschossen da kommen panzer äh panzer ja reparierst du reparierst du rappen rappen ja bin dabei pass auf der umfährt der umfährt der umfährt von hinter uns ist auch ein typ ein typ schießt auch auf uns ja panzer ist down nice reparieren reparieren mach den weg mach den weg der hat mich 2 hp 2 hp schieß auf den der hat 2 hp nice ist down kannst du mich wiederbeleben ansonsten oh gott ne ich bin pio warte ich bin sofort da jo bin drin alter ey mit 2 hp tötet der mich das gibts nicht hier sind schon wieder alter da ist die viper da sind auch irgendeine panzer lass mal A wiederholen genau mit 3 panzer jetzt auf A das müsste ja immer klappen machen wir jetzt hier Schicht im Schacht jetzt so 3 mine habt ihr gehört Leute ne habt ihr gehört Schicht im Schacht so jetzt stehen wir hier Kolonne und nehmen einen ja kommen gleich 3 Leute mit Minen schleichen sich an und wir sind weg oder einer mit C4 wir fahren runter zu D dann direkt ne ja oh der ist deutsch unreal death also was fragezeichen alter die drehen uns das noch oder was wir haben 2 Punkte was soll denn der scheiß ja deswegen ja D und dann direkt E wir müssen jetzt so viel wie möglich holen B blink zum Glück schon bei D seh ich ja auch keinen da steht wer auf dem Feld ne mach den da ist ein Panzer den BTR der Typ liegt im Loch soll ich reparieren? warte 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 nein warte noch nicht der Typ ist tot machst du den? warte ich repariere dich bleib stehen bleib stehen Panzer down ne komm rein komm rein ich repariere trotzdem warte du kannst doch bei E reparieren bei was? ja ok bei E da ist grad ein Auto lag gefahren what the fuck komm mit da ja da hin er springt da noch rum ey hä das Teil dabei witzig aber es ist keiner drin oder was? willst du den den BTR nehmen? nö der ist grad wieder weggefahren ne? alles klar so jetzt mehr Punkte F blinkt auch schon wieder was wollen wir machen? ja ich komme warte 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 wir drehen kurz guck mal alter das war noch nicht mal in zwei Wände das war in zwei Zügen gewendet nicht nur in drei scheiß mal aufs Auto fahren alter mach Panzerführer stein er kann sich auf der Stelle drehen ja richtig Heli? A krieg ich nicht A krieg ich nicht so hoch oder A gegenüber da sitzen uns auch wieder auf dem Dächern und so wenn wir F holen wäre schon ganz gut das irgendwo hier vorne direkt wieder der sich fluckt warte mal ist tot heli 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 ne ne warte bitte R bitte R ich weiß mach den mal weg hab ich nice warte ich komm rein ich hab ganz wenig HP ich muss erstmal regenerieren ja der heli der heli ja warte den hol ich mir jetzt schade aber ich hab ihn oft getroffen das ist gut das ist gut der raucht wir werden von wo? von der Straße aus ich rappe kurz ja guck du mal nach dass da nichts kommt ja bin dabei ne nur auf den Häusern halt wo bist du hin? achso ok warte lass mich rein jo da ist ein Panzer rappst du? wo? direkt vor uns ich bin dabei er hat an soll ich mit RPG auch drauf schießen oder weitere Panzer? nein nein warte warte der kommt jetzt da kommt ein anderer Panzer noch pass auf pass auf pass auf er ist tot nice also ich weiß nicht hat uns der andere geholfen da ist noch ein Panzer wo denn? ach da ja komm mit drauf fahren der andere fährt auch drauf einfach überwältigen tot schön der ist ausgestiegen einer? hier nimm dir den Panzer von denen nimm den Panzer von denen dann haben die einen Panzer weniger hinter uns bin tot rpg fahr weg fahr weg fahr weg fahr weg fahr weg fahr weg ich bin ausgestiegen der liegt da nein ich hatte siehste das ist nämlich ich bin mit dem Repair Tool eingestiegen deswegen hab ich vorhin erst noch schön gewechselt und so ach so scheiße aber immerhin sind alle Panzer auch tot und nicht irgendwie gestealt oder so jetzt holen die sich wieder eh alter was machen die denn alter langsam müssen wir echt wieder was tun kommt schon wieder so ein Buggy angehüpft ah da war wer jaaa zum Glück hat der diesmal verkackt und nicht ich ey mhm da hinten steht die Artillerie die hol ich mir jetzt gleich erstmal da war noch wer so jetzt wird die jetzt wird die gefickt alter jetzt gegenseitig ist doch kacke aber ich hab immerhin drei weggenommen ne der letzte Squadmitglied ne mhm ich krieg direkt aufs Maul alter bin bei dir links Panzer schön das kommt noch ein Panzer da kommt noch ein Panzer ich bleib direkt draußen ja hat doch keinen Sinn alter der ist auch ausgestiegen er ist tot ok hier ist er vor mir der ist am Felsen der kommt der kommt der kommt pass auf hol ihn dir schön tot ich komm gleich nach hinter dir kommt ein Panzer aber ich glaub von uns ne bin da rappen 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 bin auch dabei hinter uns hinter uns ist einer ach den hol ich mir kurz da kommt noch einer hinter uns komm rein komm rein alter von wo direkt achso die dinge ja das ist das die stadionorgel hier war eben irgendwo einer ja den hab ich schon geholt ah gut so das wird ja noch knapp hier wir brauchen Punkte ok naja schau ist das ein Panzer was ich hab keinen gesehen den Heli könnten wir uns holen da da ist einer wo nach an direkt gegenüber hier vor uns bin raus drauf geschossen nicht getroffen wie das denn der hat an der hat an der hat an der hat an red mich kommen zwei Panzer alter bin ich wieder raus getappt ja das kam tot ey das ist doch scheiße ist das doch wenn die zu zweit da wieder kommen die bist du immer raus getappt läuft die Aufnahme da noch nicht dass die irgendwie geschehen ist ach scheiße zur Noten mach doch kurz Aufnahme aus und eine Sekunde später direkt wieder an dann ist halt so ne kleine Lücke aber du bist sicher dass die Datei da noch gespeichert ist weißt du